Living Room wird dir präsentiert von Orange Young. Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh um neun ist eine Sonnenfinsternis, etwas was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillich auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen, wird es Ihnen erklären. Wenn es regnet, werden wir nichts sehen, dann sollen sie in die Sporthalle gehen. Adjutant zum Hauptmann. Befehl vom Oberst, morgen früh um neun ist eine Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillich in der Sporthalle statt. Der Oberst wird erklären, warum das Schauspiel selten ist. Hauptmann zum Leutnant. Schauspiel vom Oberst, morgen früh um neun im Drillich, Einweihung der Sporthalle in der Sonnenfinsternis. Der Oberst wird erklären, warum es auf dem Kasernenhof regnet. Sehr selten sowas. Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen früh um neun wird der Oberst im Drillich die Sonne verfinstern, wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernenhof. Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um neune, Verfinsterung des Oberst im Drillich wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was ja alle Tage passiert, Antreten auf den Kasernenhof. Sollten Schauspieler dabei sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter Soldaten. Hast du es schon gehört, morgen früh um neun im Drillich regnet? Ja, ja, ich weiß, der Oberst will unseren Drillich verfinstern. Das dollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ja ihn machen. Schauspieler sollen selten das bekommen, typisch. Dann will er uns erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Sporthalle nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Schade, dass das nicht alles passiert.